Musik So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. Diesmal haben ich, der Elia und der Malte zusammengespielt Und jetzt mal zur, naja, Abwechslung kann man jetzt nicht sagen Weil ich jetzt mit Kraber nur die letzten paar Folgen gespielt habe Aber mal zur Abwechslung hier, mal wieder Alternator Gameplay Weil man das ja so wenig auf meinem Channel sieht Weil ich finde, ihr solltet die Waffe auch mal sehen Weil ich glaube, die habt ihr eh noch nie gesehen Weil Alternator so eine Waffe ist, die spielt halt wirklich niemand So ist eigentlich eh so die unbekannteste Waffe Und ich meine, jeder der mich ein bisschen guckt, der weiß, dass ich die eigentlich auch noch nie gespielt habe Deswegen ein bisschen Abwechslung damit Nicht Spaß, aber ja, heute wieder Alternator Und sonst Standard Loadout Und mal wieder ein paar mehr Kills als bei den restlichen Folgen Dass ihr einfach mal wieder ein paar Kills, die über den 20er-Zahlen liegen, seht Und ja, mehr gibt es zu der Folge, glaube ich, nicht zu sagen Jetzt einfach noch viel Spaß mit dem Video Und was macht man, wenn man Elster hat? Snipen Snipen Man springt auf ein Dach und holt den raus Aber dann trifft man nichts, wegen seiner billigen Maus Kennt ihr das nicht, oder was? Nice Lyriks, alter Lyriks? Der Dis-Track des Jahrhunderts Ist so, der muss auch noch fertiggestellt werden irgendwann Hast du den Thomas eigentlich mal gezeigt? Nein, der war ja noch nicht fertig Also die Lyriks schon, aber der wurde noch nicht aufgenommen Drei Stück und eins Fleck Alter, ich find Mastiff ganz nice grad Ist die an sich auch Bist du lieb? Hack, alter Wo ist der Typ? Ich bin einfach durchgehend am verkacken Nein, ich war zu langsam Wieso habt ihr alle schon Zeiten? Alter So ein Stück Scheiße Als ob der das zweimal geschafft hat Ich bin ja so kacke Wie? Wie? Ja, du bist jetzt tot, ne? Ja, ich bin doomed Eros Ich hätte zwar eine Batterie, aber Tschüss Oh Gott Wer hatte da noch Titan und ist gestorben? Komm, komm, tötet ihn Er hat jetzt da ein Schild, aber der muss weg, alter Man sieht hier nichts wegen dem Himmel Der ist zu hell Wo ist... Nein, der verfolgt nicht Zwei Zwei auf einen Unfair General Otto schon wieder Das heißt schon wieder Ich glaub, der hat mich bis jetzt noch nicht getötet Oh, General Otto wurde weggefetzt Aber so richtig, alter Er von seiner eigenen Granate Ist irgendwo wer? Muss er hin? Alter, du machst die ja richtig weg, Malte Weiß, ich bin grad ganz gut Also nicht so krassen Kimmacht natürlich, aber Im Vergleich zu den letzten paar Runden Oh, was war das denn? Der hat sich doch woran gegrappelt Das Geräusch hab ich doch so gehört Mach's das gut, Rolding, weiter so Ich fänd's ganz cool, wenn die einen nach ner Zeit nicht mehr Neuling nennen würden oder so Sondern einfach ansprechen würden normal Weil du ja schon länger dabei bist Ja, wenn du tatsächlich die G's aufsteigst Und du dann quasi Rang gewinnst Ist ja schon ganz cool Hinter mir ist Otto Otto, oh Otto Du kleiner, pickliger Arsch Oh, hier fliegt irgendwer Oh, oh, oh Uwu Weg mit dem, Uwu Wo sind sie denn alle? Da Ich hab ein Sword System hier Nein, ich bin doomed Ich bin tot Scheiße Was? Wie weit bin ich denn weggeflogen, Alter? Jetzt hab ich die ganze Zeit den Typen, äh, low gemacht Und dann hat mir den jemand geklaut Ja, ich hab's noch geschafft, ihn zu töten Bevor er in seinen Titan einsteigen konnte Oh, du bist tot, Malte Ja, vielleicht Nein General Otto Ist der einzige, der mich die ganze Zeit tötet Titan, es ist... Ich hab alle doomed gemacht Wie kann es sein, dass ich den Kill nicht bekommen hab? Hä? Ist ja unlogisch Ass fuck, Alter Und was? Oh, danke Da kommt noch einer Da drin sterben einfach alle Das ist so dieser, dieser Todesraum Echt so? Da sind jetzt so viele Leute drin verreckt In so kurzer Zeit Nein Oh, danke Nein Nein, das war der Falsche Komm her, stirb Ah, ja What the fuck, Alter Der Todesraum Was? Wie kann der mich von dem Engel töten? Oh, ich hab wieder Titan So, komm her Die haben einen, oder? Oder ist der schon doomed? Ja, einen weg Wo ist denn der? Ah, da hinten Ich seh niemanden Mir ist einfach niemand außer mir Der Typ, Alter Der Typ, Alter Der Typ, Alter Der Typ, Alter Ja, Titan, das ist nice Jetzt haben wir hier aber einen neuen Titan Generalautor hat wieder sein Oh Gott, ich bin am laggen Nice, guck mal Wo sind die Leute? Ich will sie alle sehen Und töten Auf mir Oh ja Nein Ja, ich hab's noch geschafft Na, der Ton von hinten Jake the Dog Hier waren doch welche Oder sind die auch schon alle tot jetzt Nein, von wo? Irgend so ein Hodenknecht hat meine Batterie geklaut Wo? Von da hinten? Ja, Generalautor ist G30 Jetzt haben die ihre Titans Nein, fuck, fuck, fuck Wollen wir nicht gar gesehen haben Nein Machen denn diese hässlichen Bäume hier oben? Och, ich hätte die Tick nicht anschießen sollen Ich hab vergessen, dass die so ein OP-A-Tiers haben Was? Hat man ja absolut nicht gesehen, den Hut Nein, jetzt wird der mir geklaut Wo? Ja, danke So, komm her, Titan So, wo ist deren Scorch? Hier ist der Batterie Würde ich mir ganz gerne eigentlich snacken Hallo? Finish den Ja, oder zerhau ihn einfach So, jetzt Bin ich eh gleich am sterben Oder auch nicht Nice, okay Nice, okay Wohlfeindlicher Pidot an Wahrscheinlich, ey Von was hab ich so viel Schaden bekommen? Ich war einfach plötzlich gut und dann tot Was? The fuck, alter Ja, scheiß Kletteranimation, alter Alter, wie hab ich das überlebt? Oh Gott, oh Gott Der einzigste Aspekt von Titanfall's Movement, der absoluter Track ist Kletteranimation Nein Jetzt hat er mich doch noch erwischt Das war so gutes Ausweich-Matrix-Movement wieder Oh, da kam ich von oben Oder nee Ich hatte am Anfang eine so ne Glückssträhne, wo ich krass war und dann war es zu Ende Ja, hab ich den noch bekommen hab Jetzt schnell weg, aber hier sind so viel Reaper Dann ist das Schiff What? Okay, der hat mich noch hart weggeholt, der Scorch Das war schon Du lebst noch, alter Aber du auch, wie das so aus 35 Kills Das war wieder eine schmackhafte Runde Mein Movement, alter Das wird immer besser zum Ausweichen So, wieso bin ich mit 11 Kills der zweite? Wieso? Das ist genau das, was der Edis immer meint Du bist gut, aber die Reste hier aus deinem Team Verkappen's Und dann verliert man Also in unserem Fall jetzt nicht Das ist auch nicht gut, ich hab 11 Kills Aber Der Rest ist halt Okay, der andere hat 15 Aber ich hab 3 Titan Kills mehr Deswegen bin ich weiter oben Und der Rest sind halt so wie Elis Elis, du wurdest noch zertreten Du wurdest noch zertreten Oh, geil Ja, war eine schmackhafte Runde, alter Outro Sehr Institut Bis zum nächsten Mal.